Ich bin Urs Müller. Ich bin der Geschäftsführer der Müller Technologies in Stefa. Magic Motions hat für uns einen Imagefilm produziert, der die ganze Firma zeigt. Auf der anderen Seite auch Produktionsfilme, die ganz spezifisch Maschinen und Anlagen zeigen. Oder es gab auch Projekte, bei denen mir bereits vorhandenes Bildmaterial der Magic Motion geliefert hat. Und sie haben die ganze Postproduktion gemacht. Der Greg hat sehr gutes Auge für Details und weiss diese auch genau in Szene zu setzen. Im Fall einer neuen Videoproduktion würde ich sehr gerne mit dem Greg wieder zusammenarbeiten. . Untertitelung des ZDF für Kassen.